Hey Youtube! Hey Youtube! Gib mir meine Mutter! Nein! Hey Youtube und Tetch! Willkommen zurück in einer weiteren Folge! Ahem! Bioshock! Infinity Night! Wir sind geschlossen! Du siehst nicht, dass du diese Art nicht erlaubt, dass du die wirkliche Arbeit verlassen kannst. Wer bist du? Was willst du? Was? Wir beginnen mit einem Licht. Was? Ich kann mich hier frei bewegen, glaube ich. Geld aufheben. In Ordnung. Zünd die Zigarette der Frau an. Okay. Dann zünden wir an. Elizabeth? Was? Elizabeth. Du bist nicht mein Liesl. Du bist nicht mein Liesl. Du kannst mich Elisabeth nennen. Was kann ich für dich tun? Es ist eine Frau, die sich gefunden hat. Vielleicht hast du sie gesehen? Diese Frau... Diese Frau ist tot. Du kennst sie. Du siehst viele von ihr, die von den Schrauben oder den Schläumen in Apollos Square. Orphans. Mit Fontaine's Charity zu verhören. Aber sie kennst du. Wie ich gesagt habe. Die Frau ist tot. Ich weiß nicht, wo du siehst. Er ist tot. Nimm deine Zahl. Ich werde dir das Geld bezahlen. Aber du machst das gratis, nicht wahr? Ich stehe nicht. Was? Was? Okay. Bringe Erfahrung, was Elizabeth... Was Elizabeth über Sally weiß... Achso. Ich dachte, da kommt jetzt weiß weiß oder so. Äh, ist okay. Okay. Reisetasche durchsuchen. Leer. Okay. Nichts was zu tun. Hier kann ich nicht durch. Okay. Ich kann aber auch hier nicht rennen gerade. Dann gehen wir einfach mal raus. Schauen wir mal, was draußen so abgeht. Wo ist Sally? Ich weiß nicht. Aber ich weiß jemanden, der das macht. Seid mich. Okay. In Ordnung. Äh, Moment mal ganz kurz, YouTube. Ich schau mal ganz kurz nach der Grafikoption hier. Hahaha. Aschlecken. Ups. Aschlecken. Okay. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Tüdelü. So, YouTube. Da sind wir wieder. Ich musste die Einstellung mal ändern. Die, da wird nichts übernommen. Keine Ahnung warum. Alter, da ist eine Wahl. Und... Okay. Ach, Moment mal ganz kurz. Tut mir leid. 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 Das ist widerlich. Können wir bitte gehen? Ich will mir das nicht mehr anschauen. Okay, die sehen doch irgendwie ganz lustig aus. Hallo? Und nun? Ja, da würde ich mal sagen, willkommen in Rapture. Oh, da ist so ein Big Daddy. Okay. Boah, ich glaube, ich würde... Boah, kannst du aufhören zu reden? Du bist nicht wissen, die Little Sisters. Wie lange hast du in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life's story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. I learned anything about Rapture. That it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Okay. Ich benutze mich nicht. Knopf drücken. Zack. Push. Push it to me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken. Down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? A cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. What? Mr. DeWitt, are you okay? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. In Ordnung. Wow. Refreshment, sir. Madam? We're fine, thanks. Hä? Ach so. High Street. Okay. Und nun? Wohin muss ich denn gehen? I went through basic work. Decent sort. Warum guckst du mich hier so an? Was soll ich denn jetzt machen? Triff dich mit Elisabeth's Content. Okay. Wo ist denn der? Okay, da hinten. Ah, die sagte doch, ne? So ein Ding ist. Oh, okay. Äh, mach jetzt auch hier. Okay. 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 Wir müssen uns jemanden als einen versuchern. Das Geschäft von Rapture ist Geschäft. Es sagt, es ist sponiert durch die Artistsruggle, die Golden Rule und Rapture-Rekorde. Ich denke, diese Städte wären so gut, ein Ort zu beginnen als jeder. Aha. Beschaffe dir eine Maske von einem Ladeninhaber vor Ort. Drei der ansässigen Läden scheinen eine Einladung zu können ins Club-Ehalt zu haben. Du kannst die Zielebildschirme und deine aktuellen Ziele auswählen. Drücke Q um den Bildschirm... Ne, drücke 0. Null? Ah, okay. Äh... Zum aktuellen Ziel machen. Okay, wo ist das denn jetzt? Da hinten. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Boah, kannst du mal aufhören, so zu rennen? Schwarz wird zu viel. Dann klaue ich mir eine. In Ordnung. Die Galerie des Artisten. Wunderbar zu sehen. Okay. Äh, mit Laden ist das sprechen. Entschuldigung. Die Frau hat einige Fragen für dich. Ja, natürlich. Interessant, nicht wahr? Original Sander Cohen. Er nennt es Miasma. Entschuldigung. Entschuldigung, aber... Ich weiß wenig über unsere Art. Wie macht es dir, dass du dich fühlst? Ich will nicht öffnen, Herr. Ich will nicht öffnen, Herr. Die Angst, was dumm ist, kann ich weg. Owen sende diese Maske aus. In irgendeiner Kiste. Ich will dir, was es bedeutet. Ich will dir, was es bedeutet. Ich will dir, was es bedeutet. Ich will dir. Oh, ich würde so viel... Ich würde davon... ...voll... ...blend. Wo ist denn die... Da. Oh... Verdammt. Es muss mich irgendwo anders sein. Ähm... Warum habe ich jetzt den Whisky getrunken? Boah, geht es mir jetzt die ganze Zeit so schlecht? Werd ich ja bl... Hallo? Oh, schau mal hier. Oh, bitte. Es ist so schön. Ähm... Nein, das trinke ich jetzt nicht. Oh, mein Lieber. Das ist wirklich etwas... Wo soll denn diese blöde Maske sein? Du suchst das Skullroom? Bitte, bitte. Sag mir alles. Du bist... Apologibel. Warum... Du... Du musst dir selbst sein. Hä? Wo soll denn der Scheiß sein? Aber ich bin kein Santa Covid. Hältst du hier? Irgendwo? Ja. Genau hier. Ich will aber da dran. Wo soll denn die Maske sein? Da versteckt er sie doch ganz bestimmt nicht. Okay. Alkohol verliert dir Gesundheit. Schade aber deiner Eif. Aha. Das sehe ich, wie mir das schadet. Ich werde ja hier mega kaputt deswegen. Ey, ich finde diese blöde Maske nicht. Wo ist denn diese Maske? Wo soll diese Maske sein? Hallo? Fuck. Ich muss die doch irgendwo auftreiben. Frau, bitte. Ich werde ein paar Winkler oder Kräste beziehen. Wo soll die denn sein? Dort ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Dr. 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 Einfach mal zuhin. Ey, die kann doch nicht irgendwo versteckt sein oder so. Die, 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 die... Hm, hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Da brennt doch irgendein Scheiß. Fuck. Warum komme ich da nicht dran? Okay. Jetzt bin ich oben. Und ich sehe die Maske immer noch nicht. Hm. Hm. Okay. Hops. Verdammt, ich komme da nicht mal hoch. Okay. Da komme ich auch nicht hoch. Wo ist die Maske? Wo ist die Maske? Hätte ich eine Waffe oder so, würde ich hier alles kaputt schießen, wenn ich die Maske finde. Oder auch schon davor. Wo soll die denn sein? Dahinter? Was? Okay. Da oben? Nein. Mal ganz im Ernst. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt. Tschüss. Okay. Okay. Dann setzen wir uns mal Rapture Records. Setzen wir uns das mal als Ziel. Wo soll das denn sein? Äh, geradeaus. Dann bin ich ja schon mal auf dem richtigen Weg. Okay. Hey. Okay. Oh. Cool. Kletter doch darüber. Okay, da ist nix, leer, Schreibtisch, okay, ein Bär, okay, hier ist auch nichts, alles leer, alles leer, wo ist denn die Scheiße hier, okay, no, ey, wollen die mich jetzt hier veräppeln, da haben wir doch noch eine, okay, kann ich hier an den Seiten weiterhin zupfen, merkt ihr das, so, oh yeah, ich bin so gut, oh, verdammte Kiste, übrigens, falls ihr euch wundert, warum ihr keinen Ton hört, das liegt daran, dass ich Musik ausgemacht habe in diesem Spiel, so, Moment mal, Golden Rule, okay, okay, dann mal los, äh, Golden Rule, geradeaus, äh, äh, Gimpel, Bimpel, Gimpel, Boah, Lisbeth, Alter, was geht denn bei dir ab, Golden Rule, der E�M uh, das ist zum Fun�gang, dort ist 짜, oder? Sehen wir properly? g手 Willkommen zu meu Vater Cutting? Mit dem например, ich habe in diesem Stück, härmhälchen. Ah, gut, Muy möglich und ich Okay. Ja, 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 die Verstecknis sind aber... Da! What? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung, lass los. Wo lang müssen wir? Schaut geradeaus. Hahaha, guter Witz. Okay, da sind wir da. Äh, ja. Machen's auf jetzt. Äh... Club betreten. Warum hab ich eigentlich so einen blöden Hasen? Ach, egal. Wen juckt es? Äh, sehr gut. Mr. Cohen erwartet Ihre Partizipation in seiner Leistung. Okay, YouTube. Okay, wer ist dieser fellow Cohen? Einer Art der Weltfigur? Scherz. Er ist ein Artist. Ein Artist, der Kinder schützt. Ah... Ah... Ich hab diesen Typ gesehen. Er hat eine Idee in seinem Kopf und eine Konversation. Es ist egal, wer verholt wird. Jo, 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 jo. Okay, YouTube. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.